Das ist Chile, ein Provinzkraft am Schwarzen Meer. Nicht zu verwechseln mit Chile in Südamerika. Es kommen nicht viele Touristen nach Chile. Die meisten sind die Wochenendler aus Istanbul und die Türken, die im Ausland leben und hier ihren Urlaub verbringen. Türken aus Frankreich, Türken aus der Schweiz, sogar einen Türken aus China habe ich immer betroffen. Und natürlich Türken aus Deutschland. So wie ich. Meine Mutter hat sich hier letztlich ein Haus gekauft. Und statt am Strand bei den Miezen abzuhängen, jette ich hier das Unkraut. Deshalb war meine Mutter auch so scharf drauf, dass ich sie dieses Jahr begleite. Oha. Oğlum Musa ne oyalanıyorsun böyle bu kadar? Yarım saatlik işi kaç saatte yapıyorsun? Yani ben olsam şimdiye kadar yapmıştım. Oyalanma oyalanma çalış. Und zwar. Yavaş 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 yavaş. Damsız girmek yasak. Gerçekten mı? Gerçekten. Das ist das Beste Beste. Jetzt менее, das der Kitch ist, das Beste Beste. Und das Beste Beste. Doch, doch mal. Na, ehrlich. Na, der Kitch ist. Sollte, ich bin das, ich bin der Kitch ist. Wie man hier hat, lavabend man das? Dann noch mal, was ich mir was? Wie man da, wir bin der Kitch. Sollte, ich bin der Kitch. Herr Beste, ich bin der Kitch. Das ist, ich hab, ich bin das G caucus in der Kitch. Also, ich bin der Kitch, du seit. Ich bin der Kitch! Die Tatl-Town-Lar-Den, die ich mir hier, ist es mümkün? Bitte, bitte. Du bist mir hier, manitaler. Sürf, ich bin hier. Du bist, ich bin hier. Ich bin, du bist du. Ich bin hier, ich bin hier. Schatz. Das ist hier. Was ist das? Hamburg. Hamburg. Hey, mein Cousin wurde in Hamburg. Hey, der Typ ist aus Hamburg. Möber. Ich bin aus Berlin, Mann. Ich bin Elami. Musa. Hast du die Titten von der Pussy gesehen, Mann? Titten, Titten. Ich liebe Titten, Mann. Die Pussy hatte nicht zwei, die hatte vier. Das waren mindestens fünf. Fünf. Fünf, Mann. Gib mir fünf. Drei Dinge braucht der Mann in Chile. Eine scharfe Sonnenbrille. Das ist eine verdammt scharfe Sonnenbrille, Mann. Eine Pussy mit dicken Titten. Und er braucht Dope. Ich habe eine verdammt scharfe Sonnenbrille, Alter. Du hast aber keine Pussy mit dicken Titten, Baby. Ich habe Dope. Was hast du gesagt, Mann? Du hast Dope? Bist ja. Hör damit los, Mann. Hör damit los, bitte. Man ist zu Hause. Mann! Schiele hat nur einen Dealer. Und dieser verfluchte Hurensohn ist gestern verhaftet worden. Die ganze verdammte Stadt hat keinen Krümel dobt mehr, Mann. Bitte. Guck mal, werden wir das Ding jetzt auch nicht. Wohne am Ende der Welt. Schießt, wir kommen da nicht hin. Mauten. Warte. Das ist Ali Ekber. Aus Köln. Fahren wir. Noch nie im Leben habe ich mir so sehr eine Zeitmaschine gewünscht wie jetzt. Scheiß auf Zeitreisen. Ich stehe ja gar nicht auf Zeitreisen. Ich brauche nur fünf Minuten, um zurückzukommen. Aus der Scheiße, in der ich gerade stecke. Du hast aber keine Mieze, Murak. Stimmt. Ich habe auch kein Dope. Und ohne Dope kein Hope. Denn ich hatte gar kein Dope. Nix. Alles Lüge, Leute. Ich war völlig am Arsch. Es gab nichts, was ich hätte tun können. Ich könnte nicht sagen, ich hätte das Dope vergessen. Peace in the Middle East. Das ist Dope, ne? Ich habe es vergessen. Weil mein Onkel Achmed in Istanbul. Und Achmed freimt sich auf Schachbrett, Mann. Wusstet ihr das? Ich könnte auch nicht sagen, dass meine Mutter das Dope entdeckt hätte. Ich denke, ey, meine Mutter ist vom Fernsehen. Sie singt. Ich frage sie, ey, Mutter, hast du meinen Dope gesehen? Und sie sagt, ja, ich habe es gesehen. Sie sagt, wo ist es? Ich habe es geraucht, sagt sie. Am schlimmsten wäre die Wahrheit. Ich habe keinen Dope. Wohlem. Du kommst doch wieder. 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 Schst. Hast du einen Dope? Was ist das für komisches Dope, Marok? Hast du schon mal so komisches Dope gesehen, Mann? Ich auch nicht. Das sieht ja aus wie Unkraut. Unkraut? Hey Mann, das ist doch kein Unkraut. Das sind feinstes Gangknospen aus Amsterdam. Ich habe sie aus einem Coffeeshop, der hieß Get Down. Und wisst ihr, warum das so hieß? Ich weiß es nicht. Aber ich sage auch, Leute, wenn das Ding braucht nicht knallt, es stimmt was mit eurer Brenner nicht. Das Ding knallt wie ein scheiß D-Börder, verstehst du? Du rausest und es macht Bim Bam in deinem Kopf. Bim Bam. Bim Bam. Bim Bam. Das ist ein verflucht, leckerer Joint. Das ist ein verflucht, leckerer Joint. Bim Bam. Aaaaaaah! Nyeh! Jaaaah! Was hab' ich euch gesagt? Was hab' ich euch gesagt, he? Was hab' ich euch gesagt? Das ist ihm beim Lekere, John. Das ist ihm beim Lekere, John. Was hab' ich euch gesagt? Auf jeden Fall, Mann! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Bim Bam! Musa, du bist ein ziemlich geiler Typ. Jeeh! 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 Fuh! Fahren wir! Wohin? Musa! Fuh! Terteri! Fertteri! 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 Oh nein, 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 nein! Warte mal, Skileberatoren 9 Dealermann. Warte mal, Skileberatoren. Warte mal, Skileberatoren. Warte mal, Skileberatoren. Warte mal, Skileberatoren.